LBBW UpToDate Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe LBBW UpToDate im Mai. Heute sprechen wir über digitale Schuldscheine und Blockchain-Technologie. Christoph Steinbrich ist Geschäftsführer der Dead Vision GmbH, einer digitalen Plattform für Schuldscheine. Wie läuft das in Zeiten von Corona? Und ich spreche mit Professor Philipp Sandner. Er leitet das Frankfurt School Blockchain Center, ein Think Tank, der daran forscht, wie die Blockchain-Technologie in Wirtschaft und Unternehmen eingesetzt werden kann. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Akzeptanz der Blockchain-Technologie und welche Möglichkeiten tun sich auf? Los geht's mit Professor Philipp Sandner. Was bedeutet die Corona-Krise für die Blockchain-Technologie als Ganzes? Corona und Blockchain passt kurzfristig nicht so gut zusammen, ehrlich gesagt, weil die Corona-Krise ist jetzt, ist ja auch schon einige Zeit hier, wohingegen bei der Blockchain-Technologie es sich um eine Technologie handelt, die noch dermaßen in den Kinderschuhen steckt, dass das, was sie zu lösen vermag, eigentlich erst in der Zukunft relevant würde. Deswegen passt das Stand heute noch nicht so gut zusammen. Allerdings gibt es perspektivisch schon sehr spannende Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Identitäten auf Blockchain-Basis, Immunitätszertifikate auf Blockchain-Basis, überhaupt Gesundheitsdaten auf Blockchain-Basis, das Thema Datenspeicherung, also auch Bio-Location und Ähnliches könnte man perfekt zusammenführen. Allerdings ist die Krise eben, wie gesagt, heute und die Blockchain-Anwendungen werden erst übermorgen adressiert werden. Bietet denn die Blockchain zum Beispiel bei der sogenannten Corona-App eine Lösungsmöglichkeit? Bei der Corona-App handelt es sich ja um eine App auf dem Smartphone, die in der Lage sein soll, uns Informationen zu geben, ob wir mit infizierten Leuten gesprochen haben und so weiter. Das alles soll anonymisiert passieren. Der Staat hat ja zunächst mal gesagt, er hätte gerne eine zentrale Lösung. Inzwischen weiß man, dass eigentlich eine dezentrale Lösung besser wäre. Das ist perfekt für die Blockchain-Technologie. Das Problem ist aber eben einfach so, dass die Entscheidungsträger, sowohl beim Staat, also Auftraggeber, wie auch bei den Konzernen oder Firmen, die das umsetzen, also Auftragnehmer, die Entscheidungsträger typischerweise mit all ihren Beratern, Stäben und Abteilungen noch zu wenig über die Blockchain-Technologie wissen, als dass sie die tatsächlich jetzt einsetzen würden. Da passt die Zeitschiene nicht zueinander. Für den Laien, worin liegt denn überhaupt das revolutionäre Potenzial der Blockchain-Technologie? Es handelt sich eigentlich um so eine Art Register-Technologie und alles, was sie in einem Register abspeichern können, sind grundsätzlich mal Blockchain-Kandidaten, die dort überführt werden können. Zum Beispiel ist der Geldschein registriert mit der Nummer. Damit kann Geld, also der Euro, in einem Blockchain-System verwaltet werden. Gleiches gilt für das Grundbuch, das Aktienbuch, das Kfz-Register, das Meldewesen, also den Personalausweis mit seiner Nummer. Das sind alles Dinge, die in Registern organisiert werden und das sind deswegen interessante Kandidaten, die potenziell auf einem Blockchain-System abgebildet werden könnten in Zukunft. Welche Chancen birgt denn die Blockchain-Technologie für die Wirtschaft und insbesondere auch für die Finanzwirtschaft? Das spannendste Element in der Blockchain-Technologie ist eigentlich der digitale programmierbare Euro. Das bedeutet, ich lasse den Euro auf einem Blockchain-System notieren und kann dann zum Beispiel grenzüberschreitende Zahlungen relativ effizient geschehen lassen. Also von hier nach Argentinien in ein paar Sekunden, von Argentinien nach Tokio in ein paar Sekunden und wieder zurück nach Deutschland. Das kann momentan keine andere Technologie, also quasi grenzüberschreitende Zahlungen durch zig Länder innerhalb von ein paar Sekunden. Dann kann ich durch Smart Contracts Zahlungsprozesse automatisieren. Das sind Dinge wie Leasing, Factoring, Kredite, Zinszahlungen, Treuhandprozesse wie Kautionskonten. Das sind alle Dinge, die ich wirklich gänzlich durch Blockchain-Technologie automatisieren können werde in Zukunft. Das ist ein ziemlich großes Thema, vor allem wenn ich das dann mit Industrieproblemen verbinde, zum Beispiel Industrie 4.0, Produktion, Speicherung von Daten. Das wäre der Bereich Medizintechnik oder auch Logistik und Supply Chain Management. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Prozesse, die durch den digitalen programmierbaren Euro wesentlich effizienter gestaltet werden können. Jetzt spreche ich mit Christoph Steinbrich, Geschäftsführer der Deadvision GmbH. Was bedeutet die Corona-Krise für Deadvision im Speziellen, aber auch für den Schuldscheinmarkt allgemein? Insgesamt muss man natürlich sagen, für alle Beteiligten haben wir jetzt natürlich ein temporäres Ausbleiben neuer Transaktionen zu verzeichnen. Für die Darlehensnehmer, dass einfach neue Angebote in den Markt kommen, die brauchen eine hinreichende Transaktionssicherheit. Und eine Transaktionssicherheit, die bekommt man halt erst, wenn dann wieder sozusagen erste Transaktionen da sind. Und dafür bedarf es sogenannter Leuchtturm-Transaktionen, die in den Markt kommen. Und einfach den potenziellen Marktteilnehmern, die jetzt noch an der Seitenlinie stehen, einfach die Sicherheit zu geben, zu sagen, komm auch aufs Spielfeld, du kannst auch wieder mitspielen. Und da bin ich mir sicher, oder das sehen wir auch jetzt, dass wir im zweiten Quartal der erste bedeutsame Transaktion wieder am Markt sehen werden. Welche Vorteile bietet eine digitale Plattform wie Deadvision im Schuldscheingeschäft im Gegensatz zum analogen Arbeiten? Ein digitaler Marktplatz bringt auf jeden Fall ein höheres Maß an Transparenz und Effizienz für die Teilnehmer. Gerade im Schuldscheinmarkt für die Darlehensnehmer wie die Investoren hilft die Plattform, höhere Transparenz zu schaffen. Sie dient als ein Single Point of Information für die Transaktion. Und dieses höhere Maß an Transparenz durch diese gemeinsame Nutzung des einen Systems, nämlich der Plattform für ihre Transaktion, schafft auch ein höheres Maß an Vertrauen unter den Teilnehmern und stabilisiert dadurch auch für Krisenzeiten einfach die Märkte. Welche Rolle wird Blockchain im Allgemeinen für das Schuldscheingeschäft spielen? Also nach den Erfahrungen, die wir jetzt gemeinsam mit der Landesbank Baden-Württemberg in Projekten im Bereich Schuldschein und Blockchain-Technologie gesammelt haben, sehen wir das Einsatzgebiet für die Blockchain klar in der Abwicklung der Transaktionen. Da kann die Technologie einfach ihre Stärken entfalten, das höhere Maß an Sicherheit unter den Beteiligten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Blockchain-Technologie sich heute noch letztlich in dem F&E-Stadium befindet. Das heißt, für die breite Etablierung der Technologie braucht es halt die Akzeptanz der gesamten Marktteilnehmer. Und da steht man noch am Anfang letztlich des Prozesses. Wie ist Deutschland in Ihren Augen denn überhaupt aufgestellt bei digitalen Finanzprodukten, sowohl in der Wirtschaft als auch im öffentlichen Sektor? Das sehen wir jetzt, das ist erst so ein Prozess, der startet in Deutschland in dem Bereich. Andererseits, glaube ich, hat auch Covid-19 jetzt nochmal ganz klar in allen Lebensbereichen die Bedeutung von Digitalisierung unterstrichen. Und für mich ist das auch ganz klar, Covid-19 ein Katalysator für eine weitere Digitalisierung der Finanzprodukte. In besonderen Zeiten ist nichts wichtiger als ein Update für Wissen und Information. Das war's für heute. Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe am Donnerstag, den 14. Mai. Bis dahin, bleiben Sie gesund! Bis dahin, danke! Ir forma Elisoo Deine Farin, danke! Bye!